1, 2, 3, 4 Ich grüße euch. Ich zeige euch den Rhythmus jetzt mal langsam. Und zwar mit meiner Haupthand, meiner rechten Hand, der erste Schlag im Bass, ein offener Bass. Dann mit der gleichen Hand zwei Tabs. Das heißt, ihr spielt die Trommel nur mit den Fingerspitzen an, so dass es keinen Ton ergibt und nur so ein teppiges Geräusch. Der vierte Schlag mit der Nebenhand, eine geschlossene Bass, das heißt, die Hand bleibt liegen. Und der fünfte Schlag ist wieder mit der Haupthand, einen watschigen Slap. Das heißt, ihr schnallt eure Unterhand gegen die Trommel und die Finger sind locker und flattern einfach hinterher auf die Trommel. Aber watschig, nicht ganz so fett und knallig, sondern eher watschig. Dann mit der gleichen Hand nochmal zwei Tabs und mit der Nebenhand eine offene Höhe. Ich mach's nochmal langsam. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Und jetzt kannst du noch mal schnell auf. One, two, three, four. One, two, three, four. Viel Spaß wünsche ich euch. 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 Viel Spaß wünsche ich euch.